Guten Tag meine Damen und Herren, Sie hören eine Sonderdurchsage der Polizei. Das Bundeskriminalamt gibt Ihnen Gelegenheit, Gespräche der an den Morden in Köln und der Entführung des Dr. Schleyer beteiligten Terroristen zu hören und bittet um Ihre Unterstützung. Hören Sie sich bitte die jetzt folgenden Stimmen in Ruhe an und achten Sie besonders auf die Eigenarten des Tonfalls, der Ausdrucksweise und der Sprachwärmung. Aufzeichnung 1 Aufzeichnung 2 Aufzeichnung 3 Aufzeichnung 4 Aufzeichnung 4 Aufzeichnung 4 Aufzeichnung 4 Aufzeichnung 4 Aufzeichnung 4 Aufzeichnung 5 Auf 24 Aufzeichnung 5 Aufzeichnung 4 Auf Forschung 5 Aufzeichnung 4 Aufzeichnung 5 Aufzeichnung 5 Äh, 50 angastisch anabonnen, 50.000, 50.000, 50.000, 50.000. Sie können zur Identifizierung und der Fechtnahme der Täter beitragen. Ihren Hinweisen nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Ihre Mitteilungen werden auf Wunsch vertraulich behandelt. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Ende der Durchgabe. No Sacrifice!